Ich denke eben an die Gewalt, die gegen Frauen und Mädchen ununterbrochen stattfindet und die sich normalisiert. Das ist ein riesiges Thema. Ja, und ich denke auch, dass es konsumfreie Räume braucht, Räume, wo sich Menschen auch unterschiedlicher Generationen oder vielleicht auch Sprachgruppen, Communities zusammenfinden können, ohne dass es einen Konsumzwang gibt.